Es ist kalt geworden in Rheinland-Pfalz. Zu kalt für diese Jahreszeit. Heute Nacht könnte es in höheren Lagen sogar schneien. Trotzdem leben hunderte Flüchtlinge in Rheinland-Pfalz nach wie vor in Zelten, die nicht winterfest sind. Da sich die Temperaturen aber gerade nicht an die Jahreszeit halten, ist es dort vor allem in den Nächten bitterkalt. Frank Helbert hat mit Flüchtlingen gesprochen, die in Alzheim zurzeit noch in Zelten leben. Die Nacht war kalt, fast mit Bodenfrost. Am Tag danach in der Notunterkunft für Flüchtlinge in Alzheim, beheizt von großen Ölbrennern, die Warmluft in die Zelte blasen. Für die meisten der hier untergebrachten Flüchtlinge war diese Wärme zumindest in der vergangenen Nacht ausreichend. Da funktionierte die Heizung, aber davor war sie defekt. Jetzt ist sie repariert worden und gestern Nacht war es zwar draußen sehr kalt, aber im Zelt war es in Ordnung. Doch werden die Menschen auch nicht frieren, wenn sie in den kommenden Tagen und Wochen hier schlafen wollen? Bei den derzeitigen Bedingungen schaffen wir das mit den Anlagen hier. Natürlich, wenn jetzt das Ganze in den Winter fortschreitet, wird natürlich da entsprechend sich die Situation ändern müssen. Seit einigen Tagen gibt es hier auch Duschcontainer. Die vorhandenen Waschanlagen im Freien nicht zumutbar. Die Situation der Flüchtlinge war auch Thema bei der Tagung des Ministerrates, zusammen mit den Chefs der Handwerkskammern. Hauptfrage, wie können die Flüchtlinge warm durch den Winter kommen? Die Hoffnung liegt auf winterfesten Holzkontainern. Dazu gibt es zwei Module. Das eine ist, dass wir als Land beauftragt haben. Und das ist der Holzkontainer, der am Hahn gestellt wird. Der wird spätestens Mitte Dezember auch fertiggestellt sein. Es gibt aber auch die Initiative, dass die Kommunen selber anhand von Unterlagen, die wir gemeinsam mit der Holzwirtschaft erarbeitet haben, Holzkontainer beauftragen können. Wann Holzkontainer bezogen werden können, der Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Handwerkskammern ist weniger optimistisch. Wir können jetzt nicht sagen, dass wir die sofort jetzt in der kalten Jahreszeit schon haben werden. Aber Januar, Februar sind durchaus realistische Zeiten, in denen die ersten Gebäude dann, wenn die Kommunen und Gemeinden jetzt schnell auf die Handwerker zugehen und die Handwerker schnell ihre Angebote bereit haben, errichtet sein könnten. Der Wettlauf hat begonnen zwischen dem Wetter und den Handwerkern für die Flüchtlinge im Land. Es wird wohl auf jeden Fall Flüchtlinge geben, die den Winter in Zelten verbringen müssen. Innenminister Levens hat heute gesagt, es sei nicht möglich, bis zum Winter für alle Flüchtlinge feste Unterkünfte zu finden. Allerdings soll es dann spezielle winterfeste Zelte geben. In Oberhambach im Kreis Birkenfeld wird überlegt, rund 1500 Flüchtlinge in einem Ferienpark unterzubringen. Das hat der niederländische Betreiber des Parks der Landesregierung angeboten. Noch ist nichts beschlossen, aber in der Region gibt es Widerstand aus mehreren Gründen. Die Bürgermeister der Verbandsgemeinde Birkenfeld fühlen sich hintergangen. In einem offenen Brief fordern sie Ministerpräsidentin Dreyer auf, das Angebot auszuschlagen. Ansgar Zender berichtet. Ein Apartment oder ein Familienbungalow direkt am Nationalpark. Die Unterkünfte in der Ferienanlage Hambachtal können noch ganz normal gebucht werden. Doch ob die Touristen ihre Reise in den Hunsrück tatsächlich antreten können, ist fraglich.